Action! 20 Minuten bis Weihnachten! Das Ding ist, du kannst das nicht! Der Glühwein der Unterrichtszeit musste nun auch schon ins Klo gekippt werden. So sieht's aus, wenn Frauen ihre Tage haben, ey! Hier noch ein bisschen Verpflegung vor dem Weihnachtssing. Na ja, mach ich gar kein Foto. Was denn? Ja! Ja! Ja, Weihnachtssing! Noch 20 Minuten, die Pausenhalle füllt sich langsam. Noch eine Viertelstunde bis zum ultimativen Weihnachtssing. Die Pausenhalle wird immer voller. So hier, Gülo Weihnachtssing, was denkst du da drüber? Ja, also das ist das, worauf wir uns das ganze Jahr freuen. Weihnachtssing! Wunderschöne Zeit hier. Wirst du auch bei der Parkplatz-Party danach am Start sein? Wahrscheinlich, aber vielleicht geh ich auch nach Hause und Playstation spielen. Ah, okay. Aber die Parkplatz-Party ist doch Kult, genauso wie das Weihnachtssing hier am Gülo. Ich hab dieses Jahr erst erfahren, dass eine Weihnachtsparty, Weihnachtspartplatz-Party heute, die am Gülo stattfindet. Wenn's so ist, ja. Mal gucken, ob ich da nicht geh. Okay, Dankeschön! Danke, Dankeschön! Vielen Dank.